Hallihallo und Tiddellü zusammen, willkommen zu einer neuen Runde hier in Gros, Song of the Evertree. So, wir gehen nicht zur Waldregon, sondern direkt zu unserer Talprovinz und machen da weiter. Dann widmen wir uns mal kurz der Verwaltung. Ich habe hier ein paar neue Häuser gebaut gehabt, die ich noch hübsch machen muss. Das habe ich noch nicht gemacht. Das hier unter anderem. So, ich würde sagen, hier darf mal wieder etwas blau hin. Und zwar das. In dem Rekt das. Das finde ich gut. Dann nehmen wir mal ein dunkles. Und was haben wir hier Schönes? Eine weiße Tapete gibt es ja leider hier nicht. Das wäre natürlich ein viel besseres Blau gewesen. Shitte. Moment mal, das kann ich aber noch ändern. Was ist das? Das hier war es, ne? Ah, die Meerfarbe ist aber auch super. Ne Meer. So, Wandfarbe nehmen wir. Dann nehme ich die Wandfarbe, das Dunkle. Das ist aber ein ganz blaues Haus. Ach, wir nehmen die Bezaubernden. Natürlich auch eine Haustierhütte. Nein, ich habe keine mehr. Mist, ich habe keine Haustierhütten mehr. Das heißt, schnell einkaufen. Zum Glück haben wir ein Tierchencenter hier. Da hinten will jemand was geschenkt haben. Ach ja. Was schenken wir dem Guten denn? Vielleicht mal einen neuen Hut. Der eine sieht doch echt doof aus. Hier, nimm den knappen Hut. Oh Gott, das klang weiblich. Bist du eine Frau? Ich kann ja nichts sehen. Ach, ist auch egal. Sei zufrieden mit dem Hut. Ohne Haustierhütte geht hier gar nichts. Wir brauchen alle Haustierhütten. Du hast eine Haustierhütte? Es hat eine Haustierhütte. Da hatte ich doch noch eine da. Hm. Nicht gesehen. Sehr schön. So, dann haben wir noch dieses kleine Haus. Das habe ich schon ausgestattet. Ja, stimmt. Ich hatte die schon vergrößert und ausgestattet. Aber noch nicht verschönert. So war das. So. Moment. Ich muss mir erst mal gucken, wie es hier aussieht, wo ich bin. Ja, dann machen wir hier rot. Ja, die nehmen wir. Ich habe alles so klatschig bunt. Ich wollte mal hier ein bisschen was machen, was so ein bisschen passt. So. Dann machen wir hier den anderen Blumenkasten hin, oder? So. Haustierhütte haben wir schon. Und ich glaube, das war es auch schon, oder? Moment. Nee, da war noch was, meine ich. Stadtgarten, den haben wir gemacht. Gehen wir alles der Reihe nach durch. Was haben wir hier? Der ist gemacht. Ich kann das bei den gelben und orangenen Häusern manchmal gar nicht richtig erkennen. Wir haben noch ein Badehaus dazu gekauft, übrigens. Und einen Tempel. Ah, richtig schön, die landen Tempel. Eine Farm. Gut, dann gucken wir mal, wer hier ist. Anastasia. Anastasia. Die will zum Stadtgarten. Und im Stadtgarten ist leider schon alles voll. Tut mir leid. Hector ins Badehaus. Badehaus ist auf gar keinen Fall voll. Da haben wir der hier. Hector. Viu. Viu und Hector. So, dann haben wir hier noch Konstanze. Nee, das war's. Ah, hier. Nee, das war's schon. Nee, da ist noch einer. Kann ich's ja nicht sehen. Das ist Anastasia. Ja, die hatten wir schon. Ja, der kann ich leider keine Arbeit geben. Für die hab ich nix. Ist halt so. Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch viele, viele Arbeitsplätze. Ich hab schon alles voll gemacht. Ich hatte grad einen Lauf. Ich hatte grad einen Lauf. Da hab ich schon alles platziert und positioniert. Und dementsprechend auch die Häuser gebaut. Das heißt, es gibt hier jetzt genauso viel Wohnraum, wie wir brauchen. Oh Gott. Nami hat eine Doppelgängerin. Gruselig. Nimm das. Was, was, was geb ich? Oh, Entschuldigung. Was, was geb ich dir denn überhaupt? Was haben wir denn hier? Vielleicht, vielleicht mal eine neue Hose? Ich hab so viele Hosen. Komm, nimm die. Hm. Sehr glücklich. Nicht jeder kriegt eine Hose von mir. So, jetzt können wir uns aber einer anderen Sache widmen. Und zwar habe ich herausgefunden, wo wir unsere, unser Leadfragment finden können. Dazu müssen wir einmal bergab. Ihr seht diese Brücke da? Die war nicht die ganze Zeit da. Die war kaputt. Die war total kaputt. Und ich habe hier noch ein Immerling vorgestehen sehen. Hier war ein Trümmer. Und eine kaputte Brücke im Hintergrund. Und hier stand ein Immerling. Und, ähm, ja, auf einmal war da eine Brücke. Ich dachte, der macht nur den Schutt weg. Aber nein. Es hat sich eine Brücke aufgetan. Und da gehen wir jetzt mal rüber und gucken wir mal, wo wir was finden können. Denn hier ist das Leadfragment. Der Kammer der Dirre. Am Rande der Welt. So, schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Ist nicht immer ganz einfach, hier wirklich durchzukommen. Und da fängt es schon an. Schon fängt das an. Klasse. Schon fängt das an. Gott, soll das echt so sein? Dass man sich hier so durchquetscht? Komm zu, Mami. Wir machen mal alles kaputt. Wenn wir schon hier sind. Das ist ja auch eher eine Höhle, ne? Und hier sind wir gerade rein, ne? Ja. Also so bin ich auch noch nicht in eine der Kammern hier reingekommen. Die ich mich erstmal hier so durchquetschen muss. Ach Mist. Da habe ich gedacht, ich kann es in die Ecke treiben. Wo ist es hin? Es ist weg. Ja, und nun? Was ist das denn jetzt? Ich sage ja, hier stimmt was nicht. Vielleicht sollte ich noch gar nicht hier sein. Aber warum denn? Ich habe doch das Lead-Fragment hier immer irgendwie. Warte mal. Ich hatte dann auf der anderen Seite, glaube ich, noch eine Höhle gesehen. Vielleicht muss ich erst in die Höhle. Und dann komme ich zur Kammer oder so. Ich weiß ja nicht. Ist jetzt nur so eine Idee. Weil hier ist ja nichts zum Aktivieren oder so. Wir gehen mal eben nach oben. Da oben war eine Höhle. Die hatte ich noch gesehen beim letzten Mal. Bin ja schon mal hier rüber, wo ich die Brücke entdeckt hatte. So, ich meine, die wäre hier. Vielleicht muss ich hier erst irgendetwas tun. Wo war die denn jetzt? War die echt auf der anderen Seite? Flop. Gefährlicher Weg hier. Das ist die Höhle der Dürre, ne? Auf der anderen Seite die Kammer. Wir gehen mal hier rein. Vielleicht müssen wir hier irgendwas tun. Damit wir Zugriff zur Kammer haben. Also Zugang. Vernünftigen Zugang. Das sieht ja auch schon aus, wie da unten in der Kammer auch. Ich wette, da ist irgendwas. Irgendwas. Vorsicht, tief fliegen den Raupen. Ach, guck mal, hier ist es. Hier geht's los. Das andere war eine Finte. Ne, hier ist der Zugang. Da ist so ein Würfelchen. Ach, Mensch, du knarzt ganz schön. So, da sind die Sockel. Und wo ist das andere Würfelchen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, vielleicht brauche ich erst mal nur das eine. Ah. Okay. Wir wissen alle, Nami kann nicht schwimmen. Sie hat es leider nie gelernt. So, und nun? Dann kann ich jetzt wieder da hoch. Das war jetzt für mich schon mal das eine Ding. Da ist der andere. Eigentlich gar nicht so schwer. Ja, natürlich. Wir legen das auf jeden Fall dahinter. Clever. So, da öffnet sich jetzt was. Und wir gleiten dorthin. Nachdem wir vor so Tropfsteinteile fliegen sollen. So. Der Witz ist ja, wenn ich diese Höhle vorher nicht zufällig entdeckt hätte, hätte ich wahrscheinlich ewig mich in der Kammer aufgehalten, weil ich nicht drauf gekommen wäre, dass das, dass man nochmal raus muss irgendwie. Oh, ein Blob. Oh, ganz viele Blobs. Komm her, Blobby. Oh, ich habe ihn erwischt. Mist. Ich habe gedacht, ich hätte ihn noch gar nicht erwischt gehabt. Deswegen hatte ich den Köcher noch nicht draußen. Boah, ein Meer von Blobby's. Oh, den habe ich auch nicht erwischt. Dang. Oh Gott, sind so viele. Oh. 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 Oh, die Dürre haut kreischend ab. Sie mag es überhaupt nicht, wenn ich ihre Blobs kaputt mache. Ah! Guter Stürm. Was machen wir jetzt hier? Was geht jetzt hier ab? Ja, super! Ich liebe es, auf untergehenden Brettern stehen bleiben zu müssen, ohne schwimmen zu können. Nebenbei nochmal bemerkt. Nami kann nicht schwimmen. Okay, das sieht aber eigentlich auch relativ einfach aus, wenn das hier jetzt nicht wäre. Also außenrum. Wo gehen die nun? Die gehen ja gar nicht so weit unter. Ist ja gar nichts. Machen wir mal voll die Panik hier. Ja, wahrscheinlich je tiefer es runter geht, desto tiefer gehen die auch unter. Ich will es jetzt nicht austesten, bitte nicht. Also schwer ist es wirklich nicht, ne? Es ist halt nur läppisch, immer wieder hin und her zu rennen. Aber alles in unmittelbarer Nähe, also halb so wild, ne? Würde ich mal sagen. Da hatte ich schon viel schwierigere Kammern. Viel schwierigere. Wo es wirklich knifflig war. Also ich habe auch gedacht, das wird immer schwieriger, aber irgendwie wird es gerade immer einfacher, habe ich das Gefühl. Wuppdiwupp. Oh, Blobs! Blobs! Komm, wir spielen. Hau den Blob! Juhu! Ja, ich muss jedes Insekt fangen. Ich muss das. Also ich muss es nicht fürs Spiel, aber für mich. Ah, knapp. Ja, du Blobbiger, du. Und, Schatz! Diesmal wische ich es da auch wenigstens alle. Und wieder! Nein, was machst du mit meinen Blobs? Und sie haut ab. Dann blobt uns zu, ihr nicht. Ich liebe das Wort Blob. Blob, 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 blob. So. Da sind wir gerade runter. War doch hier, oder? Oder wo sind wir lang? Moment mal. Ach Gott, ich hasse es durch Höhlen. Wo ist denn hier jetzt? Guten Tag. Ah, okay. Ich war hier richtig, hoffentlich. Okay, das sieht schon etwas anspruchsvoller aus, wenn man mal was sehen würde. Ach, da ist das Liedfragment. Wir haben es schon gefunden. Okay, das war wirklich eine sehr, sehr einfache Höhle. Und da geht es dann raus. Und das ist dann wahrscheinlich bei der Kammer. Ja. Ich habe jetzt wirklich mit mehr gerechnet, Leute. Es war wie immer niedlich, aber nicht wirklich schwierig. Aber ich muss sagen, dass hier das Innere der Kammer mal beeindruckender aussieht als die anderen. Auch hier dieses Regenbogenfarben. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Liedfragment, wie es ausschaut. Aber der Immerbaum hat ja auch immer mehr Sachen zu erzählen. Also, schnappen wir uns das gute Teil mal. Das Liedfragment des Abschieds. Ach, das klingt schon irgendwie sehr tragisch. Wie immer gibt es hier natürlich keine Abkürzungen nach draußen, nicht wahr? I guess so. Ah, doch da. Hat sie mir noch gerade gezeigt? Ja, Gedächtnis wie ein Sieb, wisst ihr ja. Warte mal, bevor wir abhauen. Ich gucke nochmal eben hier, wie irgendwelche Kisten, Truhen und sowas sind. Die verstecken sich gerne mal in solchen Ecken hier. Aber hier sind leider keine. Schade. Ja, es lohnt sich schon mal, da doch zu gucken, weil manchmal ist das so. Und dann hat man da wirklich ganz, ganz tolle Truhen auch. Also mit super Inhalten. Aber diesmal leider nicht. Nur das Fragment. Na, und das ist der Anfang von der Kammer. Seht ihr? Und hier kann man jetzt raus. Ich hatte mich ja noch so gewundert, dass ich mich da durch diese Dinger quetschen musste. Das war gar nicht vorgesehen, dass ich schon so weit kam. Weit, ne? Aber. So, und hier können wir jetzt raus. Ja, ganz schön verwirrend mit dem Eingang. Wie gesagt, hätte ich nicht zufälligerweise diese Höhle vorher noch entdeckt, hätte ich da, wäre ich da auch nicht so einfach drauf gekommen. So, wo laufe ich denn hin? Ich muss doch fliegen. Also ich muss nicht, aber ich tue es. So, zum Alchemiehaus. Denn dort haben wir die Baumherzkammer. Und ich bin schon gespannt, was der Immerbaum jetzt wieder zu erzählen hat. Ihr wisst ja, ich lese leider nicht so schnell, wie das immer da gezeigt wird. Ich gebe mir mal Mühe, das zu machen. Aber ihr könnt es ja im Grunde auch selber lesen, wenn ihr es da seht. Trotzdem versuche ich mal hinterher zu kommen. Da oben, da ist er, der Sockel. Und ich glaube, es ist tatsächlich der vorletzte, oder? Wir schauen uns mal eben ganz kurz um. Ja, nur noch der Sockel hier fehlt dann. Dann haben wir es geschafft, wie es aussieht. Guck mal eben hier. Die sind alle schon platziert. Es ist nur noch der eine, der dann fehlt. Und dann haben wir den Immerbaum geheilt. So, schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Ich bin schon gespannt. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Das Erum, die Kinder des Liedes. Die Erum. Fängt gut an. Lebten in dieser Stille weiter. Sie sahen weiterhin das verbliebene Miora aus der Welt aus. Für sie hatte das Lied nie aufgehört. Sie waren sich der Dürre noch nicht bewusst. Langsam, mit dem Laufe der Zeit, wuchs die Dürre. Blumen verwelkten. Bäume verrotteten und Lebewesen versteckten sich. Die Erum wussten nicht, was zu tun war. Und suchten bei den Alchemisten nach Antworten. Je mehr Miora sie verbrauchten, desto stärker wuchs die Dürre. Und mit der Zeit strahlten die dunklen Ranken ihrer Heimat wieder nicht so schnell. Als es viel zu früh für sie wurde, ließen sie Alaria im Stich. Als es zu viel für sie wurde, nicht zu früh. Sie ließen mich im Stich. Ja, aber ich lasse dich nicht im Stich. Ich bekämpfe die Dürre und höre dir zu. Ja. Es dürfte eigentlich eine neue Baumwelt wieder entstehen. Also, beziehungsweise Platz für eine neue Baumwelt entstehen. Und er wächst wieder zu voller Größe. Ja, schon ein ordentliches Ding. Der Immerbaum. So, ja, er hat auch beim letzten Mal erzählt, dass ihm keiner mehr zugehört hat und er deswegen auch dann angefangen hat zu schweigen. Das meinte er gerade mit der Stille. Dass sie ihn gar nicht mitbekommen haben, dass das Lied aufgehört hat und es die ganze Zeit noch weiter existierte, obwohl es gar nicht mehr da war. Weil der Immerbaum nicht mehr geredet hat. Und so konnte sich dann halt die Dürre ausbreiten durch die Gier der Menschen nach Miora oder Maiora oder wie auch immer. Oh! Mein Singradius wurde erweitert. Sehr schön. Ja, und so hat die Dürreheit von Alaria Besitz nehmen können, weil der Immerbaum im Stich gelassen wurde und alleine nicht mehr geschafft hat, gegen sie anzukommen. Aber das Lied ist wieder am Klingen, wie man hören kann. Und fast vollständig. Es wird nur noch ein Liedfragment. Und das finden wir dann im letzten Abschnitt. Aber da sind wir noch nicht. Wir müssen erst noch unsere Talprovinz schöner machen. Und das werden wir auch auf jeden Fall noch tun. Also schön ist sie ja schon, aber wir brauchen noch Bewohner, damit wir genug Miora bekommen und alles, ja, alle Zufriedenheit halt in diesem Bezirk ausstrahlt. Dann ist er auf 100% und dann kriegen wir auch den nächsten freigeschaltet. So, und wenn es euch heute gefallen hat, mit meiner kleinen Tour in die Kammer in der Dürre, beziehungsweise die Höhle, dann hoffe ich doch, dass ihr mir auch einen Daumen nach oben für mein Video gebt. Und wenn euch die Geschichte des Immerbaums berührt hat, dann natürlich auch. Schreibt mir da gerne in die Kommentare, ob euch das bisher gefällt mit Grow. Es geht nicht mehr sehr lange. Ihr seht ja schon, der letzte Bezirk ist bald freigeschaltet. Und wenn wir den haben und der Immerbaum geheilt ist, dann ist auch die Geschichte hier erstmal vorbei. Hier dieser Bezirk ist es noch. Und mal gucken, wie groß er noch wird. Oh, zwei sind frei geworden. Sehr schön. Da gucken wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge, mal, was wir da pflanzen können. Und ich hoffe, ihr schaltet da auch bei ein. Abonniert gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, wie wir dann hier weitermachen. Und bedanke mich bei euch herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye. Bye-bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020